Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie vielleicht schon einige mitbekommen haben, werde ich auf diesem Kanal, wenn FIFA 18 erscheint, eine Karriere mit Werder Bremen beginnen. Ihr könnt jetzt abstimmen, ob wir Werder Bremen 1 aus der 1. Bundesliga nehmen wollen oder Werder Bremen 2 aus der 3. Bundesliga. Wir werden natürlich mit beiden Vereinen versuchen, das Maximum zu erreichen. Das bedeutet Meisterschaften, Pokale und später eventuell die Champions League. Ich habe auf Twitter ebenfalls schon eine Umfrage gemacht, aber um mir ein besseres Bild machen zu können, stimmt hier bitte rechts oben ab, welchen der beiden Vereine wir nehmen sollen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Werder Bremen 2 aus der 3. Bundesliga wie ein selbstständiger Verein behandelt wird oder ob der Verein wie die Jugendmannschaft von Werder Bremen gewertet wird, wie es ja im echten Leben der Fall ist. Sollte es so sein wie im echten Leben, würde es nicht möglich sein, in die 1. bzw. in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Werder Bremen ist die einzige Mannschaft, die noch eine Zweitvertretung in der 3. Bundesliga hat, weswegen Werder Bremen in FIFA 18 einzigartig sein wird. Nutzt den Klick zur Abstimmung also gut. Wenn ihr wisst, wie das mit Werder Su23 in der 3. Liga ist, also ob es ein selbstständiger Verein ist oder ob er zu Werder Bremen 1 gehört, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Sollten beide Vereine getrennt sein, dann stellt euch darauf ein, dass wir Werder Bremen 1 wie einen Gegner bzw. wie einen anderen Verein behandeln werden. Andersrum genauso, wenn wir Werder Bremen nehmen, ist Werder Bremen 2 ein komplett anderer Verein. Wenn Transferanfragen reinkommen oder uns ein Spieler von Werder Bremen oder Werder Bremen 2 interessiert, werden wir diesen verpflichten. So, teilt das Video gerne noch mit euren Freunden oder Leuten, die ihr kennt, die sich für FIFA und oder Fußball interessieren, damit erstens die Abstimmung deutlicher wird und zweitens ich mir schon mal eine kleine Zuschauerschaft aufbauen kann, die sich für diese Videos interessieren würde. Wir sehen uns also in FIFA 18. Bis dahin habt ihr ja noch etwa 800 andere Videos auf meinem Kanal, die ihr euch ansehen könnt. In der Beschreibung findet ihr alle Links zu allem möglichen. Ihr findet auch mein Twitter, Instagram und Spotify sowie IPs zu meinen Servern Minecraft und Teamspeak. Und demnächst auch einen Link zu meiner Website, die momentan in Arbeit ist. Haut rein, bis zum nächsten Video und ciao! Outro Outro Outro